assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder der tierarzt der kommt zum jack i understand what is magnesium three times you say marschee bin ich gerade da und muss wieder zurück hat das ist nicht schön also versteht ihr was er gesagt hat hat die magnesium hat die magnesium das heißt bringt bese dreimal sagt er zu mir bringt bese da ist das wo haben sie den besen jetzt habe ich da den rhein zum kern ich glaube die haben die nach oben gebracht aber hier du penny als reich steht der boss im stahl regt dich auf dass wir besuch haben ich habe mich heute entschieden heute bringe ich die selber nach naga hamadi nach mut wird ja wieder zur trauerfeier gehen dann fahre ich die tauben weg amina hol mal komm mal raus bitte und sucht den schwarzen besen entweder ist er hier oben wir brauchen ganz schnellen besen hinten der ist hier nicht mehr aufzufinden entschuldigung aber komm mit dass du mal siehst wie so eine operation geht jedes übrigens ein neues oberteil läuft wie eine junge dame hier hier nimmst du den besen kannst gleich kehren komm jetzt habe ich da aufgemacht diese die puten sind so schlau die gehen rein und fressen gleich katzenfutter wir haben aber jetzt hier sind zwölf kilo gehadig du musst das nicht sehen so yallah 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 schnell 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 i must see from the beginning mahmoud don't be angry so Ich weiß es nicht. Was sagt er, er wird es öffnen? Ah, wir gucken jetzt mal. Schau, wie er es gibt. Check your fine Hush. Bismillahirrahmanirrahim. Das ist die Vene. Ja, von der Seite. You see how he put it inside? Lass deinen Mahmut hat es so reingemacht. Der guckt jetzt, ob Blut kommt. Aber guck, der hat, der spürt nichts, der Esel. Der Jack. Okay. Komm, ich mach weiter. Komm, komm, komm. Jetzt fällt er gleich hin. Ich muss schnell kehren, weil ich will sehen, wie der Jack... Komm, Jack, komm. Dass er nicht fällt auf das. Ich fahre gar nicht. Und wenn? 100, 100 Bound in den Boden. Ja, Jack. Alles okay. Ja, Baby. Der wird ganz müde jetzt, gell? Was ist denn das da? Ja. Wir müssen aufpassen. Schlaf. Komm. Was ist das? Baby. Stay beside him, not that he fell down and... Leila, komm, komm, komm. Ich bin immer so hektisch. Ich will nicht, dass er sich weh tut. I don't want that he fell down and broke something. Der ist immer cool. Mach Mut, gell? Ja. You're so relaxed in every situation. Mausi bringt jetzt noch einen sauberen Teller, dass der Tierarzt da sein ganzes Zeug drauflegen kann. Hupsala. Ja. Jack. You're fine. Mama ist da. Ja, Mama ist da. Ja, Mama ist da. Was ist das? Because it's too less? Oh. Also da muss jetzt noch eine Dosis kriegen. Das war zu wenig. Ja. Also hier ein bisschen. Der Baby der Baby, Radeschle. Der Baby ist da nicht zu drehen, aber du hast dich. Aber die Baby ist da nicht zu drehen. Wo ist das? Da muss sich die Durst. Da muss die Durst. Was? Du die Tür auch zu machen? Ja, Jack. Alles okay. Ich halte dich. Alles okay, Habibi. Ja. Jaa, der wird müde. Filmst du? Ich will bei ihm sein. Es ist okay. Ja. You need water to... Ja, halt. Toe, Majekki. Ja, Dr. Kines, Man muss das oft machen, die Operation in Abaddon. Niemand macht das hier. Nein, das ist mit ihm. Das sind zwei Marxisten. Aha! Boss! Du siehst? Unser Nachbar hat auch eine Esel kastriert. Das gibt es hier gar nicht. Homar, Schaharin und Fikora? Mascha Allah! Also ein Esel, der zwei Monate alt ist. Der hat unten die Bälle gehabt. Die hat er abgeschnitten. Ach ja, Schuhbos, Mahmoud Abdelahi, Arab. Aschandi, Hormonat, Meschid und Seil, Homara. Was ist die? Und mich Haram, Kamara. Was er, glaube ich, nicht für sich will, will er nicht für jemand anderes. Ja, Mahmoud, das ist Hagatani. Sie sind nicht wild. Sie sind nicht wild. Ach, Schuhbos. Sie sind nicht wild, also, Mahmoud. Sie sind nicht wild, also, Mahmoud. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Sie sind wild. Sie sind wild. Sie sind wild. Ich weiß, ich weiß. Sie sind wild. Sie sind wild. Ich weiß, was ihnen ist wild. Sie sind wild. Sie sind wild. Sie sind wild. Aber nach dem Operation, die 240 ist schraubchen. Die fertig sind swiss. Und wir haben sie wieder zum Gehirn. wer macht mit der zunge jetzt fängt es an wie mit der zunge weil er nicht schlafen soll Lea Das ist so, die Leute zu sagen. Sie sagen, sie haben hier ein paar Sachen, aber sie können sie einfach nur mit ihnen sagen. Sie können nicht sagen, was das Thema? Das ist so, die Leute zu reden. Das ist so, die Leute zu reden. Die Leute zu reden. Das ist der Video. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Das Video oder wasser. Das Video oder wasser. Alhamdulillah, mein Schiff, today. Was ist die Worte für diese Leute in Saudia, in der Paläste, wenn der Mann die Böse und die Frau schützt, die Frau? In Deutschland, Oinu. Ich weiß nicht. Das ist etwas, das wir nicht mehr tun haben. Das ist etwas, das ist voll normal in der Geschichte. Das ist nicht etwas, das ist Haram. We cannot speak about anything. Large animals. Bulls. Bulls, goats. Sheep. I don't know. I don't know. I don't know. But if one doctor opened new pharmacy, he said he will bring all this also. But maybe, I don't know, in ten years, he said. I don't know when. Dr. Howard, let's see. You're right. The doctor is saying Pfizer. 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 We say Pfizer. Bring it for me. But it must be Pfizer or Moderna. Johnson & Johnson. 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 Yeah, Johnson. Because it's not possible to travel. Because it's not possible to travel. No, you're not going to talk. You're not going to fly. Why? I will go to the cemetery. Say, don't laugh and later it's happening. I'm not going to go to the cemetery. I'm not going to go to the cemetery. I'm not going to go to the cemetery. So, I'm not going to travel. I'm going to go to the cemetery. No, if I want to travel with people. I'm going to go to the cemetery. What? Your father is alive? Oh, mother and sister. My sister and brother. My cousin in Germany. Masha Allah. In which country? City. Stuttgart. Stuttgart. I live here and your neighbor come here to us. Look at the ribs there. Look at that. Look at that. Look, look, look. You are all OK? God, I will. What is he saying? God, I will. Not that something is broken the legs and then we must... It's broken the legs and then we must... Same, Mahmoud. It's like a rope. Hier ist der Ruh. Mach Mut, bitte. Das Joking, ich weiß nicht, was du meinst. Übrigens, der Jack ist jetzt ein Jahr und zehn Monate in einer Woche. Dieses Jahr im 15. März wird er zwei Jahre alt. Ich habe das Almein lebensig позволiert er, denn der Almein war, das ist selbster. Ich weiß nicht, dass er die Almein ist. Er ist eine sehr coolen Ausdruck. Also hat man die Almein sind auf etwa schwer, weshalb er sie mit spectronics avoiding. Es ist schwer. Deshalb sind die Almein ausprobiert. Weil ich dann durch Apfeln muss, wenn ich Almein in Anfalt war, Sie hat er lange über die Vailleurs anbieten. Er gab das Kurs sei. Er gab es auch eine Aussage für mitteilung. Du hast doch in der Kamera gezeigt. Und dann mit dem Tueffel, um die Englisch zu gewinnen. Und dann mit dem Sprachlager in der Almenischen Sprache zu gewinnen. Aber ist er ein Fahrer mit der Jauze? Nein, er hat nicht mehr. Er hat einen Ratschlein, der einen Ratschlein hat. Und er hat den Ratschlein und er hat ihn mit der Dr. Er sagte. Er sagt, das ist richtig? In der Brache? Der Brache hat den Nubbel. Der Brache hat den Nubbel. Der Brache hat den Franschen. Das muss man so? Ja. Es gibt keine Lust auf der Erde. Es gibt keine Lust auf der Erde. Warum willst du dich auf der Erde sein? Ja, genau. Ja, genau. Das ist wichtig, dass ich auf der Erde und so mache ich alles. Hilfe, mach move. He's in the operation. Easy. Ja, Jack, alles, 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 alles. Alles okay, Jack. And now? Hold him, hold him good. It's open, Danny. Help, have you seen? Yeah, help me. No, not breathing. No, not breathing. Maybe he died. You are 80 kilos. Doctor, he will kill my donkey. He wants to sit on his breathing. It's not working, sir. You see? Don't be afraid. Don't be afraid. He will be in a good health. He's 80 kilos or more. Come on, why, baby? I'm sorry, but you know, this donkey will make many things. Put this on the side and care. Oh, take care, darling. You're going to have to do it from the front. And the legs that you have to do it from the front. Okay. You're going to have to do it from the front. And let it take you to the front. This front. This front. Here, operation in Egypt. Dibetadine? Yeah. Ah. But he not sleep. This is sleeping. The door is a relaxant. Ah, I understand. Sedation? Not deep sedation. Ach, Allah. But he feels nothing. Okay, this is not a full Narkose. This is so a light sedation. Na gut. Oh, okay. Psh, 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 psh. Das sieht schlimmer aus. It's not two, but in ganz middle. For it, no. Sorry, hey, girl. Dibetadine. 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 kernot mause nicht in dein gesicht vielleicht schlägt er aus versehen aus wenn er schläft dann fehlen die alle zähne alle weg ok also leute ich mache jetzt ding das merkt zeigen man das ist dann zu krass gut gelass guten morgen meine lieben ja da ist es die op gewesen man sieht am auge ist ein bisschen verletzt na da hat sich so gerieben am boden der liebe gute jetzt hat er noch antibiotika also penicillin bekommt er dann schmerzspritzen ja also jetzt nicht hingucken ich gucke nur ich gucke alles okay und noch eine karotte ich habe ihm schon durchs küchenfenster sachen geworfen der muss jetzt alleine steht und nicht mit ihr zusammen ja habibi was ist da passiert ach so da hast du dich und das war noch ja von gestern ja hast gesehen so ist es hoch habe ich gar nicht für was hat der arzt limon gebraucht hoffe nicht dass er das desinfiziert hat ja ich habe hier noch das kalpell von gestern aha macht der pipi in die ecke kommen alle katzen hinterher ich habe euch euer futter hin ja gucken wir schon wieder limon warum hier ist das kalpell das müssen wir auch entsorgen irgendwie oder was die ägypter machen irgendwelche spritz bestecke oder so immer schön in die wände schieben da kommt es nicht mehr aus da ist es jetzt weg na tut mir noch was zu zum zustopfen also alles erledigt die mauer wieder bissle sicherer ja leute ich habe es gefilmt das ganze besser gesagt die mause hat es mit gefilmt aber ich weiß nicht schreibt mir in die kommentare also die kanalmitglieder könnte ich mir vorstellen dass ich das extra online mache auf dem kanal kann schon ein bisschen limetten essen schmeckt es nee na gut ach so ich brauche mein das ich aber öffentlich mache ich das auf keinen fall aber ich denke ich mache das überhaupt nicht online für niemanden alles war also mause hat es angeschaut die war dabei bis zum schluss ich habe dann irgendwann nicht mehr gekonnt bin reingegangen hat mich ins bett gelegt war mit den nerven runter so viel zum thema ihr könnt euch vorstellen dass es halt nicht so eine kastration war so easy peasy mehr will ich euch ersparen alhamdulillah ist es hinter haben wir das hinter uns und ja hier sind die zwei die gestern geheiratet haben komm ihr kriegt hier futter kommt vielleicht haben wir ja bald wagen ente und peking ente gibt ne skufi malade gucken wir mal gleich die sind wieder nichts halbes und nichts ganzes hier die eier so schnell die legen halt hier die peking enten normale eier die hand ich back ja auch nicht sonst würde ich sie zum backen benutzen logisch aber was backen gibt es lieber den katzen oder sonst die hühner wieder zurückführen kriegen sie hühner diesmal katzen haben jetzt das ist ein eier das ist du nicht das ist nichts für dich das schmeckt ja nicht nein da war futter drin deshalb ja leute so sieht es aus hier ist das genau kommt das mache ich mal hier dazu vielleicht legt sich dann die pute drauf und sagt ein bisschen drunter sind gleich kaputt gehen dafür stehen sie das in ihre eier lalalala nicht reingehen gucken wir erst mal hier zu machen ja leute immer wieder was neues in egypt die tauben habe ich natürlich gestern nimmer weggebracht ging nicht hat ja das ganze hat ziemlich lang gedauert da war nicht mehr für tauben verkaufen gucken mal was man heute machen mit ursprünglich mit ursprünglich kusch und hat sie neigeklaut testen hier hallöchen rausspaziert und bekommen und hier ach so ja nein die ziehen sollen doch nur raus ein paar enten vielleicht du auch noch gehen wir auch mal raus nein du bleibst draußen naja jetzt haben wir hühner drei hühner draußen verdammte was haben wir was mache ich ja jetzt geh rein genau betti 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 jalla betti 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 ne du bleibst drin es ist aber auch gefeiert die hat mauser guck die sind in der mause deswegen legen ja auch keine eier guck ganz gerupft lose No, I bin nur dick. Ja, so sieht's aus. Guck mal den an. Du, du sollst das nicht essen. Das sind zu viel Proteine. Dann wirst du noch potenter. Das ist doch für die Hasen. Äh, für die Katzen, nicht für die Hasen. Hier kriegst du dann Hühnerfutter. Ja, in Ägypten ist es so. Hast du kein Hasenfutter, gibst du Hühnerfutter den Hasen. So, so machen das die Farmer hier. Also hier, guck, nimm das. Das ist deins. Nein, nicht das. So mal. Dann müsst ihr auf der Bank essen. Ja, Leute, so ist es. Immer was los hier. Immer was zum Schaffen. Ich hab die Mutter heute Nacht vergessen draußen. Was bist denn du für ein Schmetterling? Nachtfalter. Ich hab die Babanda heute Nacht draußen vergessen. Da könnt ihr mal sehen, wie durch den Wind ich war mit der Kastration. Die hat heute Nacht draußen geschlafen. Und was ist passiert? Die hat die Babys nicht gesäugt. Jetzt geht sie gerade nicht hin zum Säugen. Ist da. Und jetzt habe ich sie eingesperrt mit Barsim in den Kennel. In die Box, damit sie sie säugt. Ja. So. Wo sind wir? Freunde der Nacht? Ja, so sieht es aus. Na? Giorgio. Kommen Sie, kommen Sie. Udo ist da. Komm, meine Kinder. Kinder, Kinder haben Hunger. Die fressen mir die Haare von dem Kopf. Wo ist die andere? Hier. Au, da hat ein Ei. Hat jemand ein Ei. Zwei Eier. Geht's wieder los? Also, das ist jetzt ein bisschen ein ur-obnehmender Geruch jetzt schon wieder hier. Das kann man nicht. Boah, nicht so viele. Das ist doch wieder ein Truthahn-Ei. Also diese Truthähne. Nee. Nee, Enteneier. Legt der jetzt hier die Eier? Nee, das kann man nicht. Draußen. Ach, die Enten. Naja, für was haben wir die? Aber große Eier. Der Hächler will auch, nein. Komm, ist alles gemischt. Schlüpfen. Peking-Enten, Muladen, Truthähne und vielleicht noch ein paar Hühner. Ne, kriegt eine Mutter. Wer sich da drauf sitzt, wird dumm glatzen, wenn wirklich unterschiedliche Kinder schlüpfen. Das wär's. Das wär lustig. So, jetzt machen wir mal auf. Lecker, lecker. Husch. Geht rein. Husch. Hächler, du bist so ein Säckchen. Wirklich. Geh doch rein. Jetzt kommen die anderen raus. Ach, ist alles nicht so einfach. Geh, 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 geh. Geh wieder. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle drin. Warte. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, genau. Das ist dein Futter. Wladimir, hören Sie auf mich. Nur Hühnerfutter ist besser als Katzenfutter für die Kaninchen. Ich wollte eigentlich auf den Esel. Jetzt habe ich auf die Eselin gefilmt. Mensch. Ich dachte, jetzt filme ich sie. Auf einmal sehe ich mich. Oh. Dann habe ich schnell so gemacht. Naja. Das war das Verabschiedungsvideo. Ne. Heidi hat gesagt, jetzt langt. Das Video ist voll. Also, bis die Tage. Masse, Lämmer. Boy, boy. Schaut, der Himmel. Heute ist wieder richtig bewölkt. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Moment. Ja, sehr frisch heute. Wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir es. Alles voller Wolken. Ja, ich gehe jetzt zum Jack. Keine Babys. Ich habe das weggerissen. Ich habe auch mal so Himmelhut bei mir. Ja, man muss da reingucken können. Die brauchen Licht. Mahmoud will nicht die Tauben wegbringen. Ich soll nicht alleine gehen. Hä, regnet es? Ich soll nicht da mit den Männern da rumhandeln. Das macht er. Er hat aber heute keinen Bock. Er hat miese Laune. Ja, und Yunis findet nie seine Bücher, wenn der Lehrer kommt. Hausaufgaben weiß er übergemacht hat. Ja, das hat ihn aufgeregt, mein Mann. Das ist doch ganz normal mit hyperaktiv. Andere, die verlieren die Rucksäcke am Busbahnhof. Whatever. Unserer weiß halt nicht, wo die Schulsachen sind. Die vergessen halt wichtige Dinge. Ja. So, jetzt gehen wir mal zum Jack, der Arme ist da hinten alleine. Also nochmal, guck das Wetter. Ja, muss auch mal sein im Winter, nicht immer Sonne, Sonne, gell? Ah ja, da, die Fallen mit der Wind. So ist es. Also, tschüss. Tschüss.